so liebe leute weiter geht's mit dem bus simulator und wir haben heute die mission freizeit vor uns familie millenburg und heilander park mit mindestens einer rute das ist die ewige aufgabe ist der heilander park da oben oben wir fahren jetzt schocken sunshine retreat sunshine retreat first street greenwood fields apple farms walk hopper pot church humboldt street warte mal ich muss jetzt karte gucken hm na gut karte hopper pot south mall east south mall east north madison drive baytree church north madison drive baytreech nee das wäre zu klein mal da hoch zu fahren zuerst dann hier runter zu fahren melbrook square south melbrook square east melbrook square north melbrook square west melbrook square west so erinnerung übernehmen so da müssen wir die rote wählen das muss ja die letzte sein klar also da geht es ja wieder hoch zurück so einer weniger gut die müssen wir kurz um den roten typ konfigurieren und die heißt dann an der park mühlburg heiländer park so wir sollen mühlburg für sauter stufe 3 ausbauen ok so 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 rote wählen naja ok fahren wir also erstmal wir haben ja unser mercedes den wir jetzt noch für nehmen den werde ich kurz da hoch springen müssen und der startet ja am transit terminal schnell reise dann fahren wir die kurze runde warum auch immer das so geht so ja schau mal wenn ich auch keiner fahren die strecke äh ich wollte nicht eigentlich jetzt ich wollte jetzt eigentlich die rote 17 fahren als nächstes nein jetzt fahren mein gott so steigen wir mal ein normale verkette einfach verkette damit die die secke mal auf die bahn bekommt so so nächste halte stelle warte mal neuer wurde direkt auf die fresse ich habe eigentlich verarschen ich habe doch lieber fahr da unten schon wieder also so gut du musst mich hier hoch mein gott neuer bus und dann brauchst du da machst du dich so eine kacke hier ich hoffe dass am wochenende schönes wetter ist ich möchte ein klick mitmachen ok ich glaube ich faszinierend korona danke dass sie so künftig sind naja ich hab trotzdem scheiße gebaut muss ich sagen ja 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 reingepennt sie gerade noch. Wo hab ich denn... Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigung bitte. So, Entschuldigung. Jetzt muss ich das Auto reinfahren. So. Spaced high, with like a zero. Warte schon wieder. Ach, die Scheiß... Die Scheißding, die Wurschein-Karte hat dort mitgenommen. Ja, war ja. Na gut. Okay. Passiert. Der Kleber geht gut ab, der Elektrobus. Der Kleber geht gut ab, der Leber geht gut ab, der Leber geht gut ab. Hallo! Hi, ja? Kate hier. Denk bitte dran, dass wir morgen einen neuen Praktikanten haben. Klar. Tschüss! Einen Einzelfarschern, bitte! So. So. Nächster Stelle ist Quarry. Quarry. Ja, Quarry, Quarry. Danke, die Hose. Können Sie mich bitte schnell noch rauslassen? Eigentlich nicht. Aber okay. Ich bin mal nicht so. Schäppert ihr Dach. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir ja fast alle, ne? Also wir haben jetzt alle Gasbusse. Wir haben jetzt die Elektrobusse geholt als Aufgabe. Wir haben einen zehn, äh, wir haben die normalen, äh, großen, wir haben einen, äh, Dings, Geländbus. Ja. Ein paar Fahrzeugefrau hin und das will ich, klar. Ich will die Scania ja noch irgendwann haben. Ich weiß auch nicht, wie weit wir hier bleiben. Also, klar, durch das Gebiet was an hier. Aber ich denke mal, Cita Valley könnte noch ein bisschen klappen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, wenn wir hier... Ja, gut, wir sind jetzt hier da. Ja, genau, gut ab der Kleene. Geh mit da mal rein. Leckt halt ein bisschen extrem, ja. Jetzt ist er doch fast pünktlich. Jetzt ist er doch fast pünktlich. So, Senioren-Ticket, einfache Fahrkappe. Jetzt ist er, du brauchst ein Senioren-Ticket, du brauchst eine einfache Fahrkappe. Drei Stück. Dann ist er zurück. Jetzt wird der Kollege, ne, hinter mir. jetzt fahren wir ein bisschen an jetzt müssen wir nämlich dann irgendwann nochmal eine Route bauen die jetzt quasi nur da in der Gegend rum geht das war jetzt für die Mission damit wir sie nämlich auf drei Ausstellen bauen können nämlich zeitnah und ich finde es auch cool, dass das Spiel so gut ankommt bei euch liebe Leute das freut mich sehr es macht ja auch Spaß jetzt ist kein Rollstuhlfahrer dabei wiedersehen so, dann lassen wir den Rollstuhlfahrer mal kurz raus es ist viel zu heiß draußen so, heute wieder rein, damit wir weiterfahren können auf die nächste Hälfte, die heißt dann hey, mach mal die Mucke aus da jetzt ist das ein Ticket keine Sorge, ich hab sie schon nicht hier ist die Fahrkarte mindestens leider haben wir noch hier ist sie hier, bitte ich hätte den Bus fast verpasst und hab dann vergessen passiert passiert, du hast keine Fahrkarte damit wir saßen zu Hause sind so, aus der Fahrbahnbahn ist sicher so, jetzt sagst du, du holst mich jetzt wieder hier hier Vielen Dank. Kreisverkehr, gut, das ist neu alles, ne? So, Greenwood Fields, das ist ja die... ne, das ist nicht ganz so nice. Nein, nein, komm jetzt Hausmoor. In Bieler steckt viel Arbeit in dieses öffentliche Verkehrsnetz. Ich liebe die Elektro-Putze, die gehen aber richtig ab, ey! Zeit, wieder Zahltag! Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Was sehen wir denn mit? 83.000, ne? Ja, das ist jetzt gar nichts. So, äh, Seniorenticke, Tageskarte... Nur hin, bitte! Hier! Da war doch noch einer eingepennt, oder nicht, oder? Habe ich das gerade falsch gelesen irgendwo? So, haben wir kurz... Du? Da hinten! Ich sagte, ich habe es richtig gelesen. Oh, Entschuldigung. Äh, gehen wir wieder nach vorne, wenn man weiterfahren kann. So, jetzt... Nächster Halt, Apple Farms Walk. Und ja, ich verterteile mich zum Video gesehen, so. So, Apple... Äh, Apple Farms... Walk. Und ja, ich fand, habe ich so ein bisschen zu im Video gesehen, dass so... Aber... Das mache ich nur jedem Spiel, keine Sorge. ich liebe diesen wirklich diesen gas bus der zieht gerade ordentlich ey eine fahrkarte ja ich dachte die gehen alle durch jetzt ohne ich danke das nächste spiel unseres teams bekommen bevor sie wieder aus so links anstelle ist sie sonst wo ließ mich reingelaufen dann ist der fuß gegen aber voll mich reingelaufen das gibt wirklich abzüge schade mein edel hat meine karaokeeinlage gestern war ich kurz bis die hier rüber gehen mal fett aufmachen ja so einmal abbiegen ja wir haben eine neue route das kann sein dass die zeiten noch ein bisschen dauer bis wir die europäische fahrer ja 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 Keiner Sehen Sie auf die Straße Ja die habe ich aber sehr spät jetzt gesehen Tut mir leid Boah alter das wird so teuer jetzt werden Die Reparaturkosten für den Bus So nixer So ein schöner Tag Eine Fahrkarte bitte Ja Ich glaube ich habe meine Fahrkarte verloren Ich kann sie nicht finden Ist gerade jetzt gekauft So Tür zu Weiter geht's Ich nehme nicht an dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren So Schau mal wo ist sie 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 Hallo Hi Ist das mal zu viel Boah ich verkack die Route gerade so extrem ey Ah Ja dem Bus ist Immer wenn ich wegen meinem PC bei der IT anrufe Heißt es nur ich soll ihn raus und wieder einschalten Den werden wir sowieso auf die Route einsetzen hier. Der Gasbus. Das ist doch nicht so, ich mag sie jetzt gerade nicht so. Aber ich weiß, dass ich es auch ein bisschen verkackt habe. Naja, kann man nicht schwimmen. So, nächstes halte ich jetzt hier. Ah, wieder ein Rutschelfahrer. Rutschelfahrer raus. Jetzt kann ich halt raus. Das Schild da steht aus. Keine Frage, ich stimme dich doch mit, Kollege. Das Schild. Wie geht's nicht gerade? haben wir nehmen die straft noch mit da bis es einer noch kommen jetzt weiß ich es das ding das man zum butch fahren braucht ich habe sie doch schon gezeigt ist mir gar egal das ist das ist der mecke jetzt wieder dürfen zurückgelassen doch nicht okay ich hatte die rücken verreiget aussehen ich weiß warum doch nicht ganz schön ich bin aber auch schon ich habe keinen bock mehr ich schlage so du willst einfach verkörper nix so denn der bus immer so pünktlich kommt verkaufe ich doch mein auto ja der kommt schon wieder pünktlich keine sorge ich halte position so durch unsere senioren ticket und diese tageskarte und dafür dass wir eingepennt ich krieg die macht so du nicht ich habe mich da noch eingeschlafen hat er gesagt oder nicht und dann noch schwarz war er hat zumindest ein paar strafen habe ich wieder raus so ein bisschen aber nächste woche habe ich frei urlaub ich komme Millbrook-Millbrook-Millbrook-Square-East Wieso habe ich denn eine Haltestelle vorbeigefahren? Ich trete an der Schatzhaltestelle, aber gut. Soll ich das mal übersehen? Ja, wie gut. Das war nicht meine beste Route. Alle Mann raus von euch! So... Gut, da haben wir noch mal neue... Was müssen wir machen? Zu Hause, ne? Was sind wir denn? Amflutt Boulevard. Millbrook Square East. Millbrook Square North. Millbrook Square West. Millbrook Square West. Millbrook Square South. So, gute Wählen. Und in der nächsten Folge fahren wir nochmal mit den Square Couch.